Heute ist ein toller Tag. Ich fahr spazieren. Was ist denn das? Oh, ein Bausatz. Seat Ibiza. Da brauch ich Bassis Hilfe. Ich hol ihn gleich mal. Bassi, Bassi. Los, komm runter. Ich hab ne Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ich komme, Speedy. Hallo, wo ist die Überraschung? Stell dir vor, ich bin spazieren gefahren. Und da habe ich einen neuen Autobausatz entdeckt. Einen neuen Autobausatz? Welche Marke? Ähm, Fiat. Aha, na dann mal los. Fiat, hm, interessant. Wir haben doch schon einen Fiat zusammengebaut. Ich glaube, die Italiener wollen, dass wir alle ihre Autos zusammenbauen. Ja, da ist es. Hier, Bassi. Haha, Speedy. Das ist kein Fiat. Kein Fiat? Schau doch mal. Hier steht Seat Ibiza. Das ist ein spanisches. Kein italienisches Auto. Oh, mein Fehler. Wollen wir dieses spanische Auto zusammenbauen? Ja, klar. Öffne die Schachtel. Ui, so viele Teile. Sollen wir mit dem Fahrgestell anfangen? Als erstes montieren wir die Achsen. Jetzt sind die Räder dran. Und nun die Reifen. Komme schon. Reifen, Reifen, Reifen. Hatschi. Hatschi. Der kommt hier hin. Das war der erste. Alle Reifen dran. Jetzt kommt der Innenraum. Da ist er. Zwei Sitze. Eins. Zwei. Und jetzt die Karosserie. Also, wir brauchen Scheinwerfer. Noch einer. Und die Fenster. Windschutzscheibe. Rückscheibe. 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 Der Motor kommt unter die Motorhaube. Und das Armaturenbrett kommt nach innen. Zeit, alles zusammenzusetzen. Fahrgestell. Innenraum. Und die Karosserie. Fahrgestell. Rückscheibe. Hey Speedy. Hier sind noch Teile übrig. Noch mehr Teile? Aha. Das haben wir gleich. Seat. Komm zurück. Die Seitenspiegel, die sind wichtig. Die hintere Stoßstange und Rücklichter. Und natürlich noch das Auspuffrohr. Und das Logo. Wir haben einen Seat Ibiza zusammengebaut. Wir sind Superhelden. Lass uns Fotos machen. Und weg ist er. Hoffentlich war's das für heute. Das hoffe ich auch. Lass uns gehen. Ich komme. Bis zum nächsten Mal.